Ja, moin, ich bin Ofi von T&T Mobility. Heute nur mal ein ganz kurzes Video über die neuen Model S und Model X. Wenn ihr hier mal reinschaut, könnt ihr sehen, die gesamte Konstruktion ist anders. Wie ich schon oft in meinen Videos gesagt habe, ist es so, hier ist eine Zusatzdämmung zu sehen, das könnt ihr hier vielleicht sehen, aber Aufhängung, Vorderwagen und Hinterwagen ist komplett anders, denn dieses Auto ist komplett neu konstruiert. Und das denkt man gar nicht, aber auch hier, wenn ich dann hier hinten mal reingucke, seht ihr auch in dem Model X, das hier ist ein S, ein Cast. Hier seht ihr den Cast und alles andere ist angeschraubt, beziehungsweise angeklebt. Hier unter sitzt der Akku und hier seht ihr auch die hochaufwendige Hinterachskonstruktion, die ist komplett anders als bei den anderen Modellen. Auch hier wird gedämmt, damit es noch ruhiger wird. Ich bin hier bei der Firma Jürs, bei meinem Kooperationspartner Michael Scharnberg. Und ich finde das sehr interessant, das ist wirklich wie ein iPhone, von außen sieht es immer gleich aus und von innen und von unten ist komplett alles anders.